Herzlich Willkommen zu Splitscreen TV und dem letzten Tag vom Steam Summer Sale. Jetzt muss nochmal alles raus. Es gibt die besten Angebote der letzten Zeit. Alle nochmal. Am besten ihr schaut meine letzten Videos an, die ich so gemacht habe dazu. Ich habe eigentlich jedes Spiel, was ich gut finde oder wo ich was zu sagen konnte, erwähnt. Also sucht euch was Tolles aus. Jetzt habt ihr nochmal die Chance, wenn ihr irgendwas verpasst habt. Und dann war es das. Also dann, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.